Hallo, ja, wir machen die Action. Aufnahme läuft. Guten Tag. Wir sind's wieder bei Arxenweil Evolved. Das bin ich, der Onkel Argeil. Äh, hallo. Die Tanja. Hallösen. Der Edi. Hallo. Und mein Pfeilbruder, der Tobi. Hallo. Wir zähmen gerade Pteranus. Und wir haben jetzt da hinten den Kameraden gesehen. Und wir spielen ein bisschen mit dem Rex. Wir spielen ein bisschen mit dem Rex. Mit dem Rex-Gildo. Bis einer weint. Das sind vorzugsweise wir. Ich hab jetzt noch genau fünf Pfeile. Wenn er da nicht liegt. Ich hab nur 22. Ach so. Er hat ja noch 18. Er liegt, er liegt. Alter, bin ich erschrocken. Ich hab gedacht, der macht jetzt einen... Ich auch. Alter, ich hab jetzt gedacht, der macht einen Satz. Moment, ich reiht mit dem Raptor rüber. Kann man die hier eigentlich auch? Ups, nö. Oh, okay. Weil dann kann man nämlich eventuell das Fleisch gleich... Wenn's denn... Ich glaube, willst du ihn dir jetzt sehen? Nee, nee. Ich wollte nur... Ich will ihn auseinandernehmen. Auseinandernehmen. Gut. Ja, ne. So, und dann... Ja, One-Hit-One-Directs. One-Hit-One-Directs. Was hast du für Feile, Mensch? Oh, nein. Muuu. Alter. Dancing Rex. Dancing Rex. Alter, hier. Super. Jetzt liegt der da umso blöd auf dem Fels drum. Ja, jetzt ist doch... Und dann hat er nicht einmal was dabei. Na gut, dann... Also, was brauchen wir jetzt? Grimmel mit der Axt. Ja, doch. Funktioniert. Ja, 69 Heid und drei Prime Meat. Dann werde ich jetzt gleich mal das Prime Meat... Ah, nein. In meinen... Hallo? Rex... Rex reinstöpseln? Dein Rex. Äh, ne, de, mein Rex. Ich bin schon... Ich... Na super, ein Prime Meat ist schon wieder... Da hin. Vergammelt. Vergammelt, ja. Das war aber gar nicht ein Rex, ja. Ja, aber wirklich. Alter, alter Sack. Ähm. So. Jetzt haben wir verlauter Ding. Hoffe ich mal, dass mein... Ah, nein. Alter, sag mal. Bin jetzt total verwirrt. Hoppala. Jetzt wird's knapp. Remote Use Item. Okay, naja, jetzt hoffen wir mal. Äh. Naja, sup... Ah, ha, 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 ha. Späßli gemacht. Warten wir alles vergammelt? Ne, ne. Das ist nicht vergammelt, das hat der Raptor gefressen. Okay. Hat meiner schon meinen Dodo gefressen. Einen haben wir... Eins haben wir jetzt noch drin. Ich bring das jetzt mal im nächsten Gelegenen. Da, tu mal raus, Idee. Wie nicht ich denn? Aber da soll ich's da Tanja bringen, oder? Ne, 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 lass meine steht gleich auf. Achso, okay. Idee. Gerne. Fass rein in mich. Also nicht in mich, sondern in den... MPD Inventar öffnen vom Raptor. Hast du? Gut. Ja. Sehr schön. Flatsch, 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 flatsch. Wenn du für den Raptor Flight brauchst, sieh, guck mal in Little Beastie, der. Ja, da ist drin. Ähm, ja, du, ich hab jetzt selber... äh... 57 bekommen, durch den Dingsbombs. Äh, und ich hab 71 Heid. Ja, ich komm. Das ist sehr schreckend. Ich hab leider Gottes nur 13, Tobi. Wirklich nicht viel, ne? Ich hab nur, äh, 23, 23, 23, 23, 23, 24, sobald sie hier, gleich auf den, auf den Krallennäs, und die Füße jetzt hier, dann auch so. So, wo haben wir dann? Achso, genau, ich steck's jetzt einfach mal in den Raptor rein. Die Heid. Der Raptor. Heid ist im Raptor. Ich hab ein Tal Narko-Berry. Soll ich die reinstecken da an deinen Flieger? Oh, ähm. Naja, kannst du ja vielleicht... Ja, da steht's. Aber der ist ja gleich fertig. Ja. Ah, jetzt hat er aber, siehst du, hat er jetzt das Prime-Mate gebracht. Ja, hat er jetzt gut, gut einen abgelassen. Ja, dann kann ich's immer mit. Oh, der ist ja grün. Schön. Hallo. Kannst du? Hallo. Ja, jetzt brauchen wir dann Unmengen an Heid. Heid. Ihr seid hier direkt am Strand, ja? Jo. Ja. Na gut, dann machen wir Heidjagd. Oder morgen. Ich hab mal ein paar Narko-Berries, die ich jetzt gefunden habe. Oh, danke. Ja, schön. Ja, hier. So, da, ja. Ah, da fahre ich doch was. Wow, eh hat er das Prime-Mate gegessen. Ja, das macht einen gewaltigen Satz. War bei mir auch. Ta-ta. Ja, da bin ich noch, wenn ich noch drei Stück Kette widerstehen. Ja, mein, das... Ja, ja, nein, denn nicht für dich ist das Prime-Mate, sondern für einen Floppy. Floppy? Ja. Also, da... Weißt schon. Floppy. Ja, ja. Was ist dann natürlich... Na, nein, ich will jetzt vorher nicht anmachen. Äh... Ich glaub, der fliegt nicht mehr ins Wasser, ne? Ne, ich glaub nicht. Level 5? Ja, mehr hat zwar halt nicht. Wo die ja noch mit Level 4 gelegt von mir. So, ich bringe mal Tussi hier zurück, weißt du? Jo. Und helfe dir mal Heid mitmachen. Ja. Was hab ich eigentlich? Hey. Hallo? Was hab ich? Hallo? Äh, ein Male hab ich. Ein Male. Und keine Leute, ich hab ein Weible. Juhu, Tobi gefunden. Boah, stand bitte. So, gleich müsst's soweit sein, hoffe ich mal. Na komm, mach hin. Ja, wir haben jetzt die Zeit. Ich hab auch einen Kerl. Oh, weih. Robi, hast du Mädel, oder? Äh, ich glaube ja. Was haben wir? Zwei Mädel und zwei Kerle. Da müssen wir die alleweil vor unserer, äh, ja, vor unserem Häuschen parken. Oh, aufgestanden, schön. Sehr schön. So, dann folgst du mir? Du folgst mir, das ist schön. Oh, hier ist ein kleiner Vogel. Hey, Tobi, es wär doch was für dich. Hm. Ja, da. Alter Verwalter. Komm mit. Ich muss ja wieder sagen, dass die Pterodons ja nicht so wirklich weiten können. Ja, aber... Aber, sonst wiegen von A nach B mal... In Anbetracht dessen, dass wir... So, guck mal. Kannst du dann begatten? Ah, nee, das ist ja ein Männchen. Okay. Tussi, komm mal her. Mein Raptor braucht Fleisch. Na ja, in, 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 was wollte ich sagen? In Anbetracht dessen, dass wir ja noch, äh, keinen Geier uns ergeiern können. Erlauben können, ja. Kommst du? Ja, kommst du. Brav. Ja, erlauben schon, aber halt noch keine Sattel machen können. Eben, das ist das Problem. So kann ich jetzt... Und dann... Ah, ja, danke. ...müsst die Frage, ob man sich... Schleck, oder? Kann das sein? Ja, ja, ja. Ich hab schon gewundert, warum ich jetzt auf den Raptor komme. Jetzt sind die schon zwei Kugeln, ja? Hast du gesehen, Tanja? Hm, hab ich gesehen. Die können echt froh sein gerade, also ich kann nett genug Mädchen, oder wie ich sag? So hörst du mal hier. Ob man sich als Lastentier nicht irgendwie... Vogelruppel... ...dann doch den großen Vogel zulegt, ...wenn er denn mal... Großer Vogel, wir haben hier gerade zwei direkt in der Nähe von der Base. Hier kann man... Zwei große Vögel? Zwei Geier, ja. Achso, nee, nee, ich mein die großen Vögel. Achso, die ganz großen. Weißt du, große Vogelmacher. Hey, hallo. Piep, 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 piep. Die Spatzen. Oh, hier sind wieder viele Dingsbumse hier so. Die Trilo Bytes. Mach die ruhig mit Tod, wir brauchen auch Schittin für den Sattel. Achso, ja, das ist... Na, guck ich mal, ob ich den Tod bekomme. Ähm... Die flundern. Ah, das ist der Level 36. Ah, die hauen ja, die rennen ja weg von dir. Ja, ich weiß. Das ist ja das Problem. Tobi, ich leih mir mal kurz vom Täubchen in den Sattel, dass ich die hier reinkriege. Weil die hängt ja sonst wo hier wieder. Man kann es ja gleich abnehmen und zu den Bitten ihm für... Ja, genau. Dass der seinen auch nach Hause kriegt. Jetzt hat der mir fast auf dem Kopf gecodet, der Vogel. Achtung, da ist ein Adler direkt bei uns gelanget. Wo ist denn... Ja, ich muss erst einmal... Wo ist denn jetzt schon wieder... Achso, diese Terradon. Oh, hier vorne ist ein Skorpion. Ich bin mein Terradon gerade nicht. Hast du ihn schon wieder verloren? Äh, ich hab keine Ahnung, wo sie sich hingegeiert hat, hier hingesetzt hat. Ist es denn? Hey, glaub ich's? Wo ist mein Terradon? Ich weiß es nicht. Wie ich dich dafür nicht mag. Wenn du deinen Kerle suchst, der steht am Strand. Nee, nee, das Vögel, meint sie. Ja, ich suche meinen Terradon. Ja, vielleicht ist der beim Kerle, ne? Nee, ich sag... Nein, 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 ich hab ihn... Ich hab ihn landen lassen. Okay. Weil ich wusste, den Sattel holen wollte, um... Hm... Um so dann rein zu parken. Naja, und jetzt, was mach jetzt da? Äh, Jörg, warte mal, ich werf dir den Sattel fürs... Für ihn hin. Ja, hm. Und dann kannst du so... Hinter dir, guck mal. Ah, danke. Okay, jetzt muss ich erst mal... Ähm... Oh. Hallo. Bleib... So ein Shit. Bleib halt dann mal stehen. Wird das noch? Nee. Was ist der jetzt? Ich hab noch Prime-Miet. Ich hoffe, dass ich noch rechtzeitig zu dir komme. Ähm... Hä? Einfach mit Y anpfeifen und ein Stück weg. Ach so. Dann setzen die sich meistens. Naja, richtig. Das mit Y habe ich vergessen. Nee, er steht jetzt... Ja, meiner ist irgendwo... Nein, bleib da! Alter, du wirst mich wohl verarschen, oder? Hm, ja... Hallo. Keine Ahnung, wo sie hin ist. Ach, alter. Das ist... Nee, Knarf. Alter, ich... Du musst doch nicht hoch, ne? Ist das Viechblüt. Tja. Meine ist irgendwie verschollen. Suchen wir gleich Tanja. Ich bringe die Edi bloß schnelles Prime-Miet. Kein Stress. Ich hab keine Ahnung, wo sie hin ist. Ich hab... Ach du Scheiß, jetzt ist hier ein T-Rex bei den Kugeln. Oha. Der greift gerade den Bronto an. T-Rex, Level 9. Hätte dich doch auch bei so einer Taube nicht getauft. Weiß warum. Ah, endlich. So, Freund. Okay, und Sattel drauf. So, gucken wir mal. Irgendwo muss ja dann hier einer sein, oder? Ein Zahmer, ja. Ja, ja. Irgendwo schon, aber ich... Keine Ahnung, wo sie hin ist. Achso, okay. Da drin sitzt ein Täubchen. Ja, ich hab sie hier außen landen lassen. Okay. Da ist ein Stück Latsch. Ich hab gedacht, ja, da bleibt doch das sitzen. Ich hol nur den Sattel, aber irgendwelche. Keine Ahnung, wo sie hin ist. Hm. Findest du nicht hier. Das ist... Hä, es gibt's doch nicht. Ach, hä? Wenn ich die schriege, machst du die Biege. Das kannst du aber glauben hier. Hm. Hm? Nicht vor, ist die nicht gelaufen. Oh, äh. Ja, ist okay. Er hat mich gesehen. Okay, mehr Skorpion. Wer hat... Ach, der Skorpion hat dich gesehen. Ähm. Ich hab dir nochmal zwei Prime-Edie. Ich weiß zwar nicht, ob er beide frisst. Wie, wie, wie heißt denn der iPhone überhaupt? Tussi heißt sie. Tussi. Okay. Ähm. Brauchst du noch Fleisch, Edi? Mal gucken, ob wir irgendwo... Nee, 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 nee. Ich hab genug... Wenn ich hier irgendwo den Namen sieht, nee. Habt ihr, ist ja auch noch drin. Ich hab schon geguckt. Da ist Leder drin, Tobi. Ist nicht viel, aber das kannst du dir mitnehmen. Keine Ahnung, wo sie es ist. Weiß nicht. Ich hab echt keine Schimmer. Hm. Oh, hier oben ist wieder Eiszapfen. Nett, dass die irgendwie unter Wasser, im Wasser gelandet ist. Nee, nee, die hat hier am Strand gelandet. Okay. Und dann kam der Adler und ich hab mich rumgedreht. Tobi hat den Adler angegriffen. Ich hab den Sattel von Torhäbchen geholt und jetzt finnest du nicht mehr. Hm. Wenn's absäuft, säuft's ab. Hat's Pisch. Hm. Das ist in der Tat sautsam. Eli, guck mal. Trotzdem mal ins Wasser. Ja, ich guck auch mal ins Wasser, aber ich seh hier, seh ich nicht. Hui, dankeschön. Bieschön. Ach. Ach, nee. Tanja ist das da vorne. Ja, das bin ich. Ja, hier hinten ist ein Hai. Okay. Okay. Ja, wenn sie gestorben hätten, wir es ja schon gelesen. Richtig, ja. Also muss sie ja irgendwo noch am Leben sein. Die Frage ist bloß, wo ist sie? Ja, das ist... Ich weiß doch nicht, ob sie vielleicht was angegriffen hat. Dass sie sich dann... Weil die machen sich ja meistens dann gerne dünner, ne? Ja, ja. Ich hab keine Ahnung, wo sie es ist. Hm. Das ist sehr verwirrend. Ach, ähm, der T-Rex hier ist übrigens jetzt auf unserer Seite. Ja, oder? Ja, oder? Ähm... Ähm... Ah ja, okay, du bist das... Ja, ich... Bin's... Nein, da stehen... Jetzt kämpft er mal... Ja, wir kriegen dann über kurz oder lang ein Problem, wenn der hier ist. Jo. Ich hab keine Ahnung, wo es ist. Hm. Das ist in der Tat sehr, sehr seltsam. Ist cool, ich hab den T-Rex und den Brondot gekillt. Bähähäh. Hm. Bist du eine Kampfmaschine? Macht man das? Die haben sich beide so mit sich selbst beschäftigt, dass ich von hinten an der Bene knabbern konnte. Ach so, so, die haben sich mit sich selbst beschäftigt. Schweine! Und da hast du sie gestört? Ja, aber echt, das ist ja... In der intimen Stunde? Ja. Mein Gott, nein. So, Edi, jetzt hab ich wieder Primit für dich. Mach grad mal ein bisschen Bären hier oben. Mal gucken, ob ich was zusammenkriege an Narko-Bären. Na, sagen wir mal, das gibt's auch nicht. Wenn du weiße Bären hast, behalte die mal, weil mein Raptor fällt, glaub ich, gleich um. Äh, ja, ja, ja. Die sind bei mir im Raptor drin, wenn du da bist. Ja, ähm, ich hab acht weiße. Die suche nach der Tussi. Falls du dringend brauchst, wein, drei, ich bin grad hinter dir. Ach so. Ja, nee, du bist hinter mir. Ach, hinter dir bin ich. Ja, ja, unten brauchst du eigentlich nimmer zu suchen, weil... So weit, war so nett. Ja, ihr könnt schon nochmal weiter weggehen von The Bays, die fliegen ziemlich weit weg, die ollen Viecher. Ach, wenn man dann wüsste, wo sie hinfliegen. Ja. Das vielleicht... Vier Mann, vier Himmelsrichtung. Dass er vielleicht auf die andere Flussseite geflogen ist. Aber irgendwas sehen. Da bin ich wieder. Hm. Okay. Wenn die knapp reichen hätte, dass ich das auch noch frisst hier. Alter, ich erschrecke immer, wenn ich den T-Rex, da stehen sie. Boah. Narko-Beris kann ich der gar nicht verabrechen hier. Also hier oben ist sie... Also auf jeden Fall mal nicht. Umrichtung Berg, meinst du? Nee, man hat sie eins gefressen. Hier ist sie nicht. Okay. Einzige Möglichkeit ist wirklich, dass er eventuell... Ja, ich gehe jetzt mal gerade hier rüber. Auf die andere... Ich weiß, wer mich gerade beschäftigt. Ja, auf die andere Seite rüber ist. Was ich noch machen könnte, wenn es nachher... Der Sattel ist doch noch da, dass ich mit Täubchen vielleicht mal so fliege. Ob ich... Ich weiß nicht, ob ich den Tieflug, ob ich den haben und wo sehe. Hier läuft ein Kilo spazieren. Da vorne sind Raptoren und Adler, die hier vorne so rumwürgen. Ihr seht es da auch nicht. Also das ist echt verwirrend. Oder ob der Bug immer noch nicht gefixt ist, was wir da bis vor kurzem noch hatten, dass die einfach weg sind. Der Adler hat sich mit zwei Stegos angelegt, aber weiß, was er tut. Ich glaube, ja nicht. Der Adler da vorne, ja, aber da sind ja nur zwei Raptoren dabei. Oh, okay. Das gibt es doch nicht. Ruckel, ruckel, immer wieder Standbild. Da, 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 da. Das schwimmen heute wieder, ja. Ich habe keine Ahnung, es wird jetzt eklisch dunkel. Ich habe auch keine Ahnung, das gibt es doch nicht. Keine Ahnung, wo es abgeblieben ist. Ach, das ist echt verwirrend. Aber jetzt habe ich natürlich auch schon den Folgentitel. Die Suche nach der Tussi. Nächste Mal. Nächste Mal. Hat auch was für sich, ne? Ja, genau. Oh, schade ich mal in der Tat? Oh, ich mach nicht auf. Die machen uns die Türchen auf. Und die Türchen so. So, guck mal Tag. Deiner ist da aber hier drin, oder? Ja, ich habe meinen hierhergestellt. White Prime Meas gefüttert. Jetzt geh ich erst mal Lötchen wegbringen. Lötzinn? Lötzinn. Über 200 Pfeiber gesammelt bei Eierbären-Sammlerei hier. Hm. Aber man sieht ja nirgends irgendwie den Namen. Du siehst nichts von ihr. Gar nichts. Ja. Ich hab keine Ahnung, wo es abgeblieben ist. So, Tobi, hast du dir die weißen Bären genommen? Äh, brauchte ich nicht mehr, dankeschön. Der hat sich von Alena erholt. Soll wir keine Bären haben, packe ich hier auch noch welche rein. Äh. Hm. Das ist echt, also. Hä? Ceradon. Ohne Worte. Ja, äh. Ich sag eine mit den erdrotteligen Viecher. Nee, irgendwie so. Ich mag sie nicht, das weiß ich. Deswegen ist sie jetzt abgehauen. Wahrscheinlich. So, bei uns sitzt der einigens auf dem Dach. Nee. Nö. Ich hab mal mein bisschen Hydewein hat viel hier in die Werkbank gepackt. Da hat's im Übrigen einiges an Hyde, ja. Äh, Edi hab ich jetzt schon einen Sattel gemacht. Gut. Du oder, oder Jörg brauche noch einen, weil einer für beide fehlt. Ich brauch aktuell keinen. Ich weiß ja nicht, wo sie ist. Nö, ich hab, ich hab einen. Ich hab, ich hab ja schon einen. Ich, äh, hab ja schon einen. Ja, das ist der von Täubchen. Ach so, okay. Hm. Aber ist ja wurscht. Von Täubchen? Nö. Ja. Ja, von mir ist das der. Ach so, okay. Von Tobis, ja. Ach so. Dann hab ich gemopst. Wollt ihr meine eigentlich reinfliegen? Hm. Dann hab ich ihn dir gegeben, weil ich ihm meine dann gesucht hab. Hm. Mein gefunden, ja. Tja, und wieder geht ein langer Tag zu Ende. Mit 22 Minuten. Die Suche nach der Tussi wird jetzt erstmal abgebrochen. Ja. Vertagt. Vertagt. Genau. Bis zum neuen Tag. Na gut. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würden wir uns, uns, vor allem uns, wir würden uns, ja, über einen Daumen hoch sehr freuen oder einen Kommentar oder beides. Ansonsten sagen wir Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Jim Bob. Ja, danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Okay. Macht's gut. Bye, bye. Tschüssi. Tschüssi.